Ich habe heute mit Monte so ein bisschen gelabert, oder gestern Abend, ich weiß nicht genau. Und er meinte so, ob wir CS demnächst mal zusammen zocken. Er hat geschrieben, CS zusammen demnächst, Fragezeichen. Und dann so ein Pawschamp, okay? Dann habe ich halt so geschrieben, versuche aufzuranken, Bro, what the fuck, wie? Hat er dann nicht gecheckt, dann habe ich die Sprachnotiz gemacht. Bro, ich meine, ich versuche halt im Rang höher zu kommen gerade. Das schaffe ich niemals, wenn wir zusammen zocken. Aber es sollte nur ein Joke sein, den Joke hast du nicht gecheckt, scheiß drauf. Ja, das schaffe ich machen, Bro. Und jetzt geht es weiter und dann meinte ich so, ja, dann brauchen wir aber einen 5-Man-Stack und so. Weil ohne 5-Man-Stack können wir nicht queuen, weil so Ranks zu weit auseinander sind. So, dann bin ich heute früh aufgemacht mit der Nachricht hier. Scheiß auf Rank, Digga, lass einfach Packs ziehen.